Ich hab ja Kapsel gesagt, aber auf mich hört ja niemand. Ja, ich hab's bemerkt, dass du Kapsel gesagt hast. Aber wir sind ja hier in einer Monarchie-Äh-Ähm-Demokratie. Ach stimmt, und wir haben auch noch die ganze Zeit das Licht an. Energiezelle einführen. Oh, gibt's Kaffee? Hier gibt's auch Schach, okay. Das scheint sehr beliebt zu sein. Oh, unser Tutorials wird immer länger. Das ist nicht sehr motivierend. Das hatten wir schon gelesen, ne? Ja. Hey, Declan, why don't you give me your password? I'm just gonna check out your browsing history. Hard pass. Uff. Wieder viel zu lesen. Okay. Protokoll Nummer 84. Die Solarzellen entwickeln sich zu einem Dauerproblem. Die Stromleitung protokolliert den Energieabfall, wenn die automatischen Sensoren ausfallen. Dann schaltet sie die Anlage ab und aktiviert die Sekundärbatterien. Manuelle Kalibrierung scheint zu funktionieren. Die Zellen richten sich wieder nach der Sonne aus. Die letzte Möglichkeit ist ein Fehler in der Codierung. Und ich finde im Handbuch nichts, das mir bei der Behebung des Fehlers weiterhilft. Ganz ehrlich, die zusätzlichen Außeneinsätze sind super, um den Kopf freizukriegen. Bei Wartungsarbeiten in der Station fühle ich mich total eingeengt. Aus dem Fenster zu sehen ist was ganz anderes, als draußen im Sand zu stehen. Auch wenn ich nur scanne und den Knopf drehe. Ich mache das auf dem Mars. Das ist real. Und seitdem alle über Schlafprobleme klagen, so wie ich, ist es schön, mal ein bisschen rauszukommen. Am liebsten würde ich das Problem gar nicht melden. Aber schon klar, Strom könnte wichtig sein. Könnte vielleicht, möglicherweise, eventuell. Okay, das sind wir. Ja, okay, das ist unser Protokoll. Wasserflächen. 34 Meter unter der Oberfläche. Bodenproben, enthalten Sedimente. Ah, okay, das heißt, wir untersuchen hier die Bodenproben. Macht Sinn, nö. Äußerst vielversprechend. Weite Untersuchungen sind genehmigt. Okay, jüngstes Aktivitätenprotokoll. Manuelle Kalibrierung. Immer noch keine Bewertung. Modierungsproblem. Davon hatten wir eben gelesen. Ich fange mal unten an. Fehlzündung. Gefahr von Funkenflug. Fehlerhafte Verkabelung ersetzt. Schlechtes Wetter. Toilette verstopft. Manuelle Reinigung erforderlich. Dusche funktioniert. Immerhin. Manuelle Kalibrierung erforderlich. Grund unbekannt. Diagnosebericht enthält keine Probleme. Hm. Okay. Ah, okay. Die, äh, Zyranow, die, diese, ähm, Rakete, sollte Ersatzteile bringen. Aber da die ja jetzt anscheinend kaputt ist, ist die Frage, ob die Ersatzteile überlebt haben. Ich hab, achso, das hab ich grad schon vorgelesen. Haha. Hier ist Lukas. Angesichts der Tatsache, dass die Wohnquartiere dieser Einrichtung mittlerweile ihr persönliches Lagerhaus zu sein scheinen, habe ich dort ebenfalls einige meiner weniger wichtigen Objekte deponiert. Aus diesem Grund habe ich ein besseres Sicherheitsprotokoll für den Schließmechanismus der fraglichen Quartiere aktiviert. Da sie gewohnheitsmäßig Zugang zu diesen Bereichen haben, ist dieser nicht für sie passwortgeschützt. Ich bitte sie, die Finger von meinen Objekten zu lassen, denn obwohl sie nicht wichtig sind, gehören sie mir und helfen mir bei meiner Arbeit. Danke. Warum sollten wir die auch klauen? Tür anregelt. Geilo. Ob wir ein Pornoheft finden? Dusche funktioniert. Oh, ich will gar nicht die Toilette sehen. Hier ist deine Energiezelle. Geilomat. Inventar hinzufügen. Dankeschön. Und ein Lichtschwert. Ich mag das Logo hier überall von der Orochi-Groove. Anticor. Okay, anscheinend hat die manuelle Reinigung schon stattgefunden. Da bin ich sehr glücklich drüber. Iiiiih. Ah, sogar ein Bett. Und alles da, was das Herz begehrt. Wundervöllig. Gut. Ach, das, ach ja, das hier auch. Ja, macht Sinn, sonst könnten wir den Fahrstuhl nicht betätigen. Ich glaube, das Pornoheft will man nach der Zeit nicht mehr finden. Oh Gott. Ausrüsten. Und weiter geht's. Haben wir noch Luft? Wir haben... Da geht noch eine Nase. Ähm. Aus? Raus. 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 Ich fahle les coups, le tueu. Ich fahle les coups, le tueu. Hm, anscheinend ist sie noch gar nicht gelandet. Aber ich dachte, wir hatten irgendwas gelesen oder gehört davon, dass die zerstört wurde. Oder war das in unserem Traum vielleicht? Oder habe ich das einfach falsch im Kopf? Oder Mist vorgelesen? Alles möglich. Weiß man nicht. So, endlich. Tui. Zurück. Das ist voll cool irgendwie. Mäh. Ah. Ich will dich schon noch auf 99 kriegen hier. 99. Perfekt. Aha. So, so. Verstehe. Nee, geh weg. Ich wollte doch nur wissen, wo ich hin muss. Das ist schon cool hier. Oh, es sieht ein bisschen windig aus gerade. Windiger als eben. Kann ich irgendwie rauf? Uh, wir können klettern. Cool. Wir sind richtig, wir sind richtig. Aber Moment, das Ding ging ja noch. Sicherung der Stromleitung finden. Hier noch irgendwo? Meint er hier am Gerätele oder? Ah, interagieren. Tü. Tü. Machen wir natürlich ganz ordnungsgemäß nicht zu. Ganz anti-ordnungsgemäß. Oh. Power should be back on. Uh, Shane, I've got good news and bad news. Good news, I think we just found water on Mars. Bad news, it is spraying all over the greenhouse. Restoring power must have triggered the pumps. And I'm showing significant pressure loss across the system. Can't be cut off remotely? Oh, sorry cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. Alright. Ah. Ah. Was hast du gerade gemacht? Ich habe Wasser, das ist all over my greenhouse. Ich würde nicht erwarten, das aus einem neuen Herz. Kannst du es einfach aus? Ich habe nicht Zeit für das. Du wirst das fixieren. Jeez. Wer hat das in ihren Serial? Ich wollte gerade sagen, die scheinen, äh... Außer unser cooler Kumpel, scheinen die alle irgendwie nicht so gut drauf zu sein. Oder sie haben einfach einen schlechten Tag. Kann ja auch mal vorkommen. Ach ja, erste Tür schließen. Macht Sinn, ne? Ich mag die Textur hier von diesem Metall, von der Metalltür. Und zurück auf den traurigen Stuhl, der ja bestimmt jetzt glücklich ist, wo wir auf ihm sitzen. Wird das dunkel, oder sind das hier die Fenster? Sind die Fenster, oder? Machen das Licht draußen auch so leicht grün-rot irgendwie. Wie beim Ochi. Ich habe da so eine Ahnung, wer dahinter steckt. Okay. Das überflutete Treibhaus. Was hat sie nicht passiert? Nicht wirklich. Es war große Werte, wenn sie verabschiedet. Sie war ein... Big-shot theoretischer Mathematiker. Oh, ja. Jeder kennt Dr. Newhart. Ich hatte zu readen, die Dimensionen in grad school. All ich weiß, ist, das Tag nach meinem Geburtstag... Ich gehe nach dem Nachmittag für Frühstück... Und... Ich konnte sie nicht finden. Die dritte dritte war sehr offen. Es war der einzige Ort, wo sie sein können, ich dachte. So... Ich ging nach unten. Es war ein... Es war ein... Es war ein... Es war ein... Es war nicht da. Oder irgendwo. Wir haben Jahre alt. Oha. Einfach weg. Genau. Mach mal Druckausgleich mit dem Weltall. Ja, das macht man dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Nochmal Sauerstoff hier. Für den weiten Weg in die Basis. Man will ja nichts riskieren. Oh, da geht's voll tief runter, oder? Hier diese Stufe. Hm. Feels like I'm back in therapy. Well, no better place to tackle your problems than from 130 million miles away. Mua. Ruckel. Das ist nie ein gutes Zeichen. Dann lädt das wahrscheinlich im Hintergrund und irgendwas passiert gleich. Irgendwie habe ich jetzt Bock, Moon zu gucken. Wow. Der war so ultra lang. Er war nicht schlecht, aber ich fand auch nicht so richtig gut irgendwie. Aber ich habe den vor Jahren gesehen. Vielleicht fände ich ihn inzwischen besser. Sehr witzig, wenn man einfach vergessen könnte, den Druckausgleich zu machen. Und er den Helm dann einfach abnimmt. So, du, 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 ups. Wäre wahrscheinlich nicht so gezielt. Immer dieses Greenhouse. Kann das nicht mal auf sich aufpassen. Ah, es ruckelt schon wieder. Boah. Überschüssige Wasser. Ist das überschüssig? Ah, ja, okay, da tropft es runter. Oh, ja, okay. Ich fühle mich plötzlich so wie in Resident Evil. Wäre nur einmal witzig. Ja, in der Tat. Das dauert irgendwie nur 97 Minuten. Der ist halt langwierig und traurig und so weiter, aber ich fand den mit 13 schon mega geil. Hm, okay. Ja, ich erinnere mich wirklich kaum noch. Nur halt, dass ich ihn... Ich fand den Anfang sehr geil und irgendwann wurde er mir dann zu lang. Aber ich hatte noch nie so die Geduld bei sowas, glaube ich. Vielleicht fände ich ihn inzwischen besser. Und wann ist denn der? An 2000? Ich wollte gerade sagen Mitte 2000. Da pimmelt halt ein Typ alleine auf dem Mond rum. muss schon deine Art von Film sein, um den zu mögen. 2009, okay. Aber der hatte auch eine KI, oder? Ähnlich wie in Odyssee im Weltall. Dachte ich mir. Ja. Äh, was ist denn das für eine Tante? Wie ist sie ätzend? Was hat die da für Projekte, dass die so geheim sind? Ich finde sowas eh immer so ein bisschen... Also ich meine, ja, es ist immer ein Spiel und es ist Sci-Fi, aber auch in Filmen, da verhalten sich die Charaktere manchmal so, dass du dir denkst, die würden nicht mal einmal ins Weltall geschossen werden, weil die so inkompetent und psychisch labil sind. Und da würden die niemals zusammen auf so eine Station fliegen. Wenn man sich überlegt, was Astronauten, vor allem wie lange Astronauten, im Team zusammen leben müssen, isoliert, damit die halt lernen, damit umzugehen. So. Aber ja, gut. Ist ein Spiel. Die KI von Kevin Spacey gesprochen und die Hauptrolle ist Sam Rockwell. Hat Kevin Spacey eigentlich noch Jobs oder ist der jetzt weg vom Fenster? Uff, der ist schon ziemlich alt, ne? Ich hab den ewig nicht gesehen. Kann sein, dass der in Rente ist. Mondgras oder Mondkoks? Hm. Gut möglich. Oh, das würde vielleicht auch den Traum erklären und die Dinge, die wir sehen. Vielleicht. Luftfilterungspflanzen und ihr Wachstum in Marserde. Okay. Okay. Ich hoffe, das brauchen wir nicht. Aber ich schätze mal nicht. Gehen wir hier mal weiter. Es ist hell. Es ist heller als mehr Licht. Inspizieren. Direkt wieder verlassen. Allgemeine Botanik-Brotokoll. Merken. Protokoll, wenn man sich Brot notiert. Die Arbeit an unseren Gensplicing-Projekten hat begonnen. Warte, sie hatte so einen Akzent, ne? Die Arbeit an unseren Gensplicing-Projekten hat begonnen. Meine Aufgabe hier in Invictus sind bedauerlicherweise sehr umfassend. Dieses Protokoll dient der Aufzeichnung der ersten Pflanzenversuche. Daten und Notizen werden abgestimmt und in den entsprechenden Berichten erläutert. Dieses Protokoll dient als Übersicht und bietet mir die seltene Gelegenheit, mich zu unseren Studien zu äußern. Das ist gar nicht die Ina. Egal, dann hat die Person jetzt auch ein Akzent. Ina empfiehlt mir ab und zu, an Lockere zu sein. Das habe ich fest vor. Enthaltende Spezies. Mir fällt die ganze Zeit die Aloe Vera ins Auge, aber auch nur, weil es die einzige ist, die ich kenne. Der hat halt einen minderjährigen Jungen irgendwie belästigt oder mit dem auf einer Party geschlafen. Kein Plan, aber seit Hashtag MeToo habe ich den nicht mehr gesehen. Aha, okay. Das habe ich von mehreren gehört. Auch von Jean Reno. Und noch von anderen Paaren. Ich frage mich, ob das eine Zeit lang so ein Ding war. Also, entweder das zu tun oder Gerüchte zu verbreiten. Weiß man nicht, aber kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Präparate vermehrt und auf ihre Behälter verteilt. Ich habe das Chaos im Labor beseitigt. Es entspricht jetzt meinen hohen Standards. Mir ist klar, dass Dr. Volkova darüber nicht begeistert ist, aber mir war aufgefallen, dass sie häufig nach etwas sucht. Sie hat die gesteigerte Effizienz widerwillig akzeptiert. Während die Samen in der Masserde-Vermischung keimen, habe ich etwas mehr Zeit, um Anpassungen fortzunehmen. Ich habe ihr versprochen, dass ich das Treibhaus nicht überorganisiere. Okay. Da hat jemand viel Bock auf viele Pflanzen. PC benutzen. Hm.